Jetzt ist der Kampf gegen Extremismus aber ein Marathon. Das heißt, jeden Tag zu bestehen, übrigens auch im Wettbewerb Kampf gegen die AfD vor Ort. Und das heißt, sich vor Ort stellen, sich thematisch einlassen. Und dazu gehört auch, über Migration zu sprechen, über illegale Migration zu sprechen. Zur Wahrheit gehört, da sind Fehler gemacht worden, auch unter unserer Zeit. Und wir bekommen diese Probleme nicht gelöst, indem wir sie aussetzen, indem wir sie ignorieren. Und deshalb muss die Ampel dieses Thema ganz vorne auf ihre Agenda setzen.